Hallo und herzlich willkommen zum Greyzone Warfare Guide zu der Grafikeinstellung. Es macht keinen Unterschied ob ihr Fullscreen oder Windows Fullscreen verwendet. Verwendet aber auf jeden Fall die 60FUV. Wenn ihr da höher geht, habt ihr noch Performance Einbuße. Alle anderen Sachen hier beeinflussen deine FPS nicht. Cappt trotzdem auf 165FPS oder was eure Bildschirmmonitor, Herzzahl ist und cappt auch für den Hintergrund dann auf die 30FPS und wenn ihr raustabt die anderen Anwendungen immer noch flüssig laufen zu haben. Kommen wir nun zu den Custom Settings. Empfehlenswert ist hier alles auf Low. Wir können bei der Grafikkarte, wenn ihr hier mehr VRAM habt, also zwischen 12 oder sogar 16, könnt ihr hier auf Medium gehen, bei allem anderen eigentlich auf Low. Die Global Illumination hat zwischen Low und Medium jetzt nicht so viel Auswirkung. Ab High tankt das aber absolut eure FPS. Auch die Shadow Quality Low und Mid könnt ihr euch entscheiden. Aktuell ist aber alles auf Low eigentlich so die Meter. Auch die Effects Quality hier verlieren wir sehr viel FPS. Und die Reflection Quality macht eigentlich erst ab Epic Sinn, weil erst ab dort auch Spiegelbilder vorhanden sind. Alles davor ist nice to have. Auch hier können wir es auf Low lassen. Die Foliage Quality. Hier haben wir die Bäume dann auch dabei und die Sträucher. Diese verdecken sich ab Mittel und Hoch sogar eher eure Gegner. Da seid ihr mit Low besser bedient durch eine bessere Visibility der Gegner und somit auch eine höheren Chance, diese zuerst zu sehen. Das Post Processing, auch der Motion Blur, alles Off und Low. Das macht ja nicht so viel Sinn, das zu ändern. Kommen wir jetzt aber noch zur Haupteinstellung, nämlich Nvidia DLSS oder dieses FSR, das ihr verwenden könnt. Ich habe länger hin und her probiert. Für mich hat das DLSS einfach eine höhere Grundframe Rate und auch stabiler dann nach oben. So komme ich ohne diese Autogenerierung, die man ja erst ab DLSS 3.5 hat, trotzdem auf zwischen 60 bis 70 FPS. In guten Fällen waren es sogar 70 bis 80 FPS, was mich teilweise sehr überrascht hat. Aber gerade am Startpunkt, wo viel los ist, kann es natürlich mal zu FPS Einbußen kommen. Das FSR bewegt sich bei mir im Bereich zwischen 50 und 60 FPS, hier aber auch noch ohne dieses AI Generating. Wenn ihr eine Grafikkarte von Nvidia der 4000er Serie habt, dann benutzt auf jeden Fall das DLSS, weil es sollte anscheinend die 3.0 Variante sein, die dann auch automatisch Frames für euch generiert, was einfach noch ein bisschen besser funktioniert als wie das FSR. Ich habe dann noch die Sharpness ein bisschen nach oben gestellt. Einfach für mich noch den Look einfach nur ein bisschen präferierter, schärfer zu haben. Ich mag dieses Ausgewaschene nicht. Wenn ihr das auch nicht haben wollt, geht noch mit der Sharpness ein bisschen nach oben. Und dann kommen wir eigentlich schon zu dieser Frame Generation. Ich habe sie auf Ausgestellt, eigentlich nur aus dem simplen Grund. 80 FPS, also auch 60 bis 80 FPS, sind genug für PvE-lastigen Content, was natürlich aber auch in der Reaktionsseite des Spiels sich widerspiegelt. Das heißt, es fühlt sich einfach das Movement und auch die Bewegung in der Maus einfach ein bisschen smoother an. Nur weil man sich eben hier noch die Frames dazu generiert, hat man irgendwie das Gefühl von einem Input Delay. Und das ist dann natürlich eher ein Nachteil, wenn ihr hier in Stocken kommt und irgendwie das sich nicht smooth anfühlt. Darum lieber die Frame Generation aus und dafür smoothes Movement und bessere Reaktion oder besseres Feedback vom Game. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und auch für euch bessere Settings und mehr FPS zu generieren, auch euren Input Lag zu dezimieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um auch weitere Folgen und Tipps und Tricks über Greyzone Warfare nicht zu verpassen. Und ja, bis dann im nächsten Video, euer Kühne.